Immer wieder wurde in den letzten Jahren die Frage gestellt, inwieweit und ob Hemingway seine Rolle als Kriegskorrespondent verlassen hat und aktiv in das Kampfgeschehen eingriff. Vor allem der Vorfall in Romboyer, kurz vor der Einnahme von Paris, der schließlich zu einer Anhörung beim Inspector General der dritten US-Armee führte, hat hierfür reichlich Nahrung gesorgt. Ein ausführliches Gespräch zu diesem Themenkomplex findet sich auf der Themenschleife 5, dem Hemingway-Trail. Im Zusammenhang mit diesen Vorwürfen wurde auch immer wieder laut, Hemingway habe eine Art Guerilla-Truppe um sich geschart. Tatsächlich scheint es sich hierbei eher um eine der typischen Korrespondenten-Clicken gehandelt zu haben, die sich im Verlauf des Krieges immer wieder zusammenfanden. Dazu gehörten berühmte Persönlichkeiten wie Ernie Pyle, der Fotograf Bob Carper und der weniger bekannte Journalist und Zeichner John Groth. Bereits vor dem Krieg hatte Groth einige Kurzgeschichten Hemingways illustriert und berichtete nun für die Chicago Sun vom Europäischen Kriegsschauplatz. In der Schneeeifel war er Gast im Schloss Hemingstein, wie Hemingway das Bauernhaus nannte, in dem er für eine Weile hauste. Später kam er in den Hürkenwald und beschrieb den Kampf um die Westwall-Bunker. Vermutlich handelt es sich beim Ort seiner Beschreibungen um genau dieses Waldstück hier. Groth fasste seine Eindrücke in einem Buch mit dem Titel Studio Europe zusammen. Hören wir auch hier einen kleinen Ausschnitt. Bei der Einsatzbesprechung im örtlichen Hauptquartier wurde uns gesagt, dass der Bunker, der an der sogenannten 1-Million-Dollar-Ecke lag, sie hieß so, weil bereits eine Million Dollar für Ausrüstung und Munition ausgegeben worden war, um dieses Waldstück einzunehmen, weiterhin aushielt und unseren Vormarsch verzögerte. Nach dem heutigen Einsatzplan sollte die A-Kompanie den Bunker einnehmen. Dabei sollten auch Flammenwerfer zum Einsatz kommen. Das war eine Geschichte für Higgs. Er konnte Nazis beschreiben, die brennend aus dem Bunker rennen. Mir kam jedoch der Gedanke, dass, wenn du nahe genug an einem Bunker bist, um sie brennend herauslaufen zu sehen, du auch nicht gerade außerhalb der Reichweite der beiden Schießscharten des Bunkers bist. Ich sollte mein Skizzenbuch lieber im Jeep lassen. Das würde bestimmt wieder so ein Tag mit Deckung und Sprung auf Marsch Marsch werden. Wir fuhren mit dem Jeep einige Meilen durch den Wald bis zum Bataillonsgefechtsstand. Der Wald wurde mächtiger. Weihnachtsbäume, so groß wie die auf den Rathausplätzen bei uns zu Hause, wuchsen dicht beieinander. Wie Heinz es ausdrückte, war es eine Waldkathedrale. In den Lichtungen standen Mörserbatterien und aus dem Osten war das Grummeln von Explosionen zu hören. Wir fanden Major Herbert Hennen, den Bataillonskommandeur aus Schiebeugern Falls, Wisconsin, in der Waldlichtung. Er saß auf einem Baumstamm und hatte eine Lageskizze auf den Knien. »Ihr Jungs seid genau rechtzeitig«, sagte er. »In ein paar Minuten greifen wir an.« Hennen sah aus, wie der zähe, abgebrühte Kavallerieoffizier aus den Indianerkriegen. Die Enden seines Mantels waren voller Löcher. Wir fragten ihn danach. Ohne seine kurze Pfeife aus dem Mund zu nehmen, sagte er, »Neulich in ein Bienennest getreten. Ziemlich viele Bienen hier.« Er zeigte uns auf der Karte die Position des Bunkers und einen flachen Hohlweg, wo wir uns hinlegen und den Angriff beobachten konnten. Ich fragte ihn, ob es nicht gefährlich sei, von dort aus zuzusehen, da der Hohlweg doch nur siebzig Meter entfernt war. Würde der nicht unter Beschuss liegen? »Sicher, sogar stark«, sagte Hennen. »Aber wenn wir den Bunker von der anderen Seite aus angreifen, verlegen Sie ihr Feuer vom Hohlweg weg. Ihr kriegt einen Logenplatz. Macht euch keine Sorgen.« Hennen und sein G.I. Leibwächter waren im Jeep vor uns. Wir fuhren immer tiefer in den Wald Richtung feindliche Stellungen und kamen an einer Gruppe Sanitäter vorbei, der auf ihren Einsatz wartete. Sie sahen nicht gerade glücklich aus. Hundert Meter weiter war ein Panzer mit G.I.s, die sich so an ihn drückten, als sähen sie aus wie aufgemalt. Andere G.I.s lagen zwischen den Ketten. »Du umarmst keinen Panzer, wenn du es nicht unbedingt musst.« An der Eine-Million-Dollar-Ecke stiegen wir aus. Die Bäume an den Straßenrändern waren durch Granaten bis auf Bauchnabelhöhe zerhackt worden und kaputte Äste lagen herum wie Zaunpfähle. Heinz, der vor ein paar Tagen hier war, als diese Stümpfe noch Bäume waren, fragte, »Was ist mit dem Wald passiert?« Ohne seine Pfeife aus dem Mund zu nehmen, sagte der Major, »Regen. Wir haben hier oben jede Menge starken Regen.« Heinz erinnerte mich daran, dass mein Skizzenbuch noch im Jeep lag. Ich sagte, »Das habe ich mit Absicht gemacht.« Wir waren gerade ein paar Schritte zum Hohlweg gegangen, als plötzlich dieser D-Zug über unseren Köpfen in den Bahnhof donnerte. Wir warfen uns hin und machten uns flach wie Tapeten, stolperten dann auf dem Weg weiter. Dann wieder der Krach und wieder flach auf den Boden. Bäume um uns herum wurden niedergerissen und Schlamm regnete auf uns wie aus einer Fontäne. Wir kamen nicht bis zu unserem Hohlweg, dafür war es einfach zu heiß. Wir fanden einen Graben und legten uns da rein, während er sich mit herumfliegendem Geäst füllte. Wenn du vor Granatbeschuss wegrennst, springst du und stolperst, fällst hin und schlägst mit Beinen, Armen, Körper gegen Wurzeln, Steine und Zweige. Unterhalb der Knie war meine Hose zerrissen. Auch die Haut war zerfetzt, aber, das spürte ich erst später, wie das immer so ist. Wir schauten uns an, wir hatten Angst. Zumindest wir Korrespondenten und der G.I. Leibwächter. Der Major saß an einer Böschung und rauchte. Heinz sagte mir, ich sei weiß. Das war ich auch, ich konnte es an meinen Händen sehen. Als er seinen Kopf hob, war sein Gesicht so weiß wie meine Hände. Auch Higgs fühlte sich nicht als mutiger Berichterstatter. Sein Gesicht und seine Hände waren rot. Plötzlich teilten sich die Zweige zwischen den beiden Stämmen neben meinem Kopf und das Weiß zweier Augen zeigte sich. Es war ein G.I. Hey Jungs, ihr könnt da nicht weiter. Ich meine Sir, sagte er, als er den Major sah. Sie haben mir den ganzen Morgen mit acht Achtern gefeuert. Vorne sind Verwundete. Ich konnte Schreie von irgendwo vor uns hören. Es ist so heftig, dass nicht einmal die Sannis durchkommen, sagte der G.I. Das war eine Ehre, die den Sanitätern erwiesen wurde. Es ist so heftig, dass nicht einmal die Sanitäter durchkommen. Der G.I. war der gefreite Sam Dan aus Warren, Ohio. Es war keine Zeit oder besser gesagt, das war nicht der richtige Zeitpunkt, ihn zu fragen, was er zu Hause so gemacht hatte und später noch vorhatte. Gerade jetzt wollte er wohl nur am Leben bleiben. Der Angriff begann irgendwo zu unserer Linken. Wir konnten nichts tun. Wir behielten unsere Köpfe unten, aber hören konnten wir alles. Das komplette Waffenorchester des Krieges spielte seine Overtüre, Panzerfäuste, Maschinenpistolen, Maschinengewehre, Granaten und alle möglichen Handfeuerwaffen, Mörser und Achtachter und die Schreie von Männern. Wir sahen überhaupt nichts. Der Bunker gab nicht auf. Auf unserem Weg zurück zur Ecke gab es dann keinen Beschuss mehr. Ein paar tausend Dollar Munition und Ausrüstung waren jetzt zu der Million hinzugekommen, die von der Ecke an den Bunker gezahlt worden war, zuzüglich der Kosten an Menschen. Während wir mit dem Jeep wegfuhren, weg von den Männern, die weiter dort starben, nur damit wir davon erzählen konnten, hatte ich wieder dieses nackte Gefühl, als mein ungeschützter Rücken den feindlichen Stellungen zugewandt war. Das war das letzte Mal, dass ich unter direktem Beschuss war. Folgen Sie dem Weg, bis Sie rechter Hand nach dem Waldrand den gesprengten Bunker 106 sehen und starten Sie dort das Filmdokument C7.